Hi, in diesem Video geht es mal um ein Zubehörteil für die Bugs 3. Ein wichtiges Zubehörteil, weil die Flugzeiten dann doch ein bisschen kleiner sind als eigentlich gedacht. Ich weiß nicht wie es aussieht mit anderen Akkus. Ich habe hier ein Beispiel Akkus gesehen bei Gearbest, der soll auch original sein. Ich blende immer ein. Ich habe mal nachgeguckt, der ist schwerer und er scheint auch nicht vom original Hersteller zu sein. Deswegen bin ich auch nicht dazu bereit Geld auszugeben für so einen Nachbau. Zumal durch das höhere Gewicht dieses Akkus dann die Flugzeiten sich wieder relativieren werden. Es sieht natürlich im Sommer anders aus. Da können die Flugzeiten durchaus höher gehen. Im Winter hat man natürlich jetzt durch die Witterung und kühlen Temperaturen vor allen Dingen mit den Akkus zu kämpfen. Da sind halt 15 Minuten so vielleicht ein Maximum eigentlich so, die man erreichen kann. Deswegen habe ich mir ein Zubehörteil geholt, was eigentlich obligatorisch ist. Da sollte man sogar noch ein zweites von holen und zwar diesen Akku hier. Den gibt es für 12,95 Euro bei Gearbest im Moment. Link wieder mal in der Beschreibung unter dem Video. Der Nachbau kostet 1 Euro weniger. Ich würde eher dazu tendieren einen Original Akku zu nehmen. Da weiß ich wenigstens was ich habe. Dieser blaue Akku passt auch anscheinend sehr schwer in den Batterieschacht, der Bugs. Da muss man schon ziemlich Gewalt aufwenden. Für mich ist sowas nichts. Ich nehme dann doch nur das Original. Zumal auch wenn die Flugzeiten dann doch etwas höher sein sollten bei dem blauen Akku, vielleicht dann geht es in Richtung eine Minute mehr Flugzeit. Das macht dann auch nicht mehr fett. Da würde ich dann für die Preise, die erhoben werden, bei Gearbest dann noch mal einen dritten vielleicht holen von diesen Akkus hier. Denn die 12 Euro sollte einem Spaß dann doch wert sein. In fehlenswerte Anschaffung. Ich habe den schon geflogen hier. Flugzeiten sind genau die gleichen wie bei dem der Packung beilag. Das scheint sich also auch um ein Originalgerät zu handeln. Hier habe ich ein bisschen noch einen zweiten dazu. Dann habt ihr drei. Dann habt ihr noch mehr Fun. Auch der zweite hat mir nicht gereicht. Okay, das war es schon wieder hier. Ciao.